Branzschrägergasse Branzschräger 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 Umsteigend zu 66 A, 67 A, 70 A in Richtung Reumannplatz. Nach 20 A, 77 A in Richtung Reumannplatz. Ich bin in der Schule schon zweimal mit Dreck machen. Ich bin in der Schule schon ein paar Minuten. Ich habe mich dann in der Schule schon über den Schule schon ein paar Minuten. Ich muss mich vorstellen, dass die ganze Treppe untergefallen ist, wenn mich das was auf die Gäusche zahlt. Es wäre schwer, dass die Gäste aufzusperren. Nein, ich bin zu viel aufzusperren. Ich habe die ganze Treppe untergefallen. Ich habe die ganze Treppe untergefallen. Du weißt, es geht so unter. Dann würde ich einfach vor der Welt fahren. Ich habe mich da noch ein paar Kräuter an. Ich habe mich schon mal ein paar Kräuter an. Geht so. Ja, ich habe mich schon mal so ein paar Kräuter verheiratet. Es kann so machen. Ich habe mich wirklich Haupen hier an. Und ich habe mich schon schon mal ein paar Kräuter und eine neue Kräuter. Oh mein Gott, Bruder. Oh, yeah! Du bist doch schön! Du bist doch Kassade! Du bist doch schön! Das ist schön! Jetzt wurde es in den Freizei, Wir haben das neues Motorradkirche, ich habe wieder nachgebracht! Und ich bin hier vorgetrachten! Ach ja! Was gibt es nun? Ich bin hier frei! Macht ihr, das ist voll mühlich? Na ja, ja! Das ist eine Lagerlöftgasse. Was ist meine Nase da auch? Was ist meine Nase? Ich hab mir mal eine Straße ausgebaut. Aber ich hab mir mal eine Straße ausgebaut. Aber ich hatte sie nicht. Schau, hier ist die Straße. Ich habe mal waschen. Ich habe mal waschen, dass sie verwenden. Ich habe mal waschen. Stockholmer Platz Lagerstrasse 67E Lagerstrasse 68E Leipzig Lagerstrasse 68E Lagerstrasse 67E Lagerstrasse 68E Lagerstrasse 68E Untertitelung des ZDF, 2020 Per Albin Hanson Siedlung Umsteigen zu 67, 19a, 67e Wir sind am Ziel. Bitte steigen Sie aus. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.